Nur wer sich verändert, bleibt. Anspruchsvollere Kundenwünsche, kurze Produktlebenszyklen, dazu eine immer höhere Variantenvielfalt. Für produzierende Unternehmen ist die Wandlungsfähigkeit überlebenswichtig, denn die Digitalisierung sorgt für eine drastische Verschärfung des Innovationswettbewerbs. Wer sich schnell anpassen, also verändern kann, hat einen klaren Wettbewerbsvorteil. Realisierbar ist dies nur mit Produktionsanlagen, die skalierbar und modular sind und sich somit universell konfigurieren lassen. Doch nicht nur Anlagenbetreiber, auch Maschinen- und Anlagenbauer müssen auf die zunehmend dynamischen Marktveränderungen reagieren. Für sie steht der Wunsch im Vordergrund, das Know-how ihrer Produkte zu schützen und einen höheren Standardisierungsgrad zu erreichen, um ihre Produkte nicht länger projektbezogen und kundenindividuell entwickeln zu müssen. Die Antwort auf diese Entwicklung ist die modulare Produktion. Sie ermöglicht die schnelle und einfache Anpassung von Anlagen an neue Produktionsverfahren und Marktanforderungen. Realisieren lässt sich dieses offene Automatisierungskonzept jedoch nur mittels Standardisierung. Hier kommt das Module Type Package, kurz MTP, ins Spiel. Es bildet die gemeinsame Sprache, mit der Eigenschaften von Prozessmodulen wie Human-Machine-Interface, Process Control, Alarm-Management und Safety and Security hersteller- und technologieneutral beschrieben werden. Auf diese Weise lassen sich Prozessabläufe ohne großen Engineering-Aufwand abwandeln. Die Produktion kann durch das Hinzufügen oder Entfernen einzelner Module effizient und kurzfristig angepasst und skaliert werden. Die Aufgabe des übergeordneten Leitsystems, der sogenannten Process Orchestration Layer, besteht nun darin, die unterschiedlichen Module zu orchestrieren, das heißt, die Auftrags- und Rezeptinformationen für die Module bereitzustellen, die Koordination der einzelnen Module untereinander zu synchronisieren, sowie mit Partnersystemen wie zum Beispiel ERP zu kommunizieren. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bereich von Batch-Prozessen bietet Prolight das optimale Produkt für diese Zwecke. Unsere Lösung Plant Batch IT spricht MTP und kann daher jedes Modul der Anlage orchestrieren, sei es ein Reaktor, ein Mischer oder eine komplette CIP-Anlage. Darüber hinaus verfügt es über zusätzliche Schnittstellen zu Datenbanken und anderen Partnersystemen, sowie native Treiber zu Steuerungsplattformen von Siemens, Rockwell Automation oder Schneider Electric. Unser leistungsstarkes Batch-Orchestrierungssystem bietet Anlagenbetreibern eine Vielzahl weiterer Funktionen, darunter eine durchgängige Materialverfolgung, ein umfassendes Materialmanagement, sowie eine Auftrags-Chargen- und Stücklistenverwaltung. Die detaillierte Ereignisprotokollierung, das Electronic Batch Recording, sorgt für maximale Transparenz und bildet somit die Grundlage für eine kontinuierliche Optimierung der Produktionsprozesse. Wie immer kommt das Beste zum Schluss. Mit einer modular aufgebauten Prozestechnik und der Batch-Orchestrierung von Prolight profitieren Sie von mehr Flexibilität, bei gleichzeitig wesentlich geringerem Zeit- und Kostenaufwand im Engineering, bei der Inbetriebnahme oder bei Produktionsanpassungen. Nutzen Sie diese Möglichkeit und reagieren Sie schneller auf aktuelle Marktsituationen, indem Sie zukünftig Produktionsanlagen noch dynamischer und sicherer anpassen können. Beschreiten Sie zusammen mit uns den Weg der Digitalisierung. Vielen Dank.